Freunde, ihr guckt natürlich zahlreich meine Streams und kennt mich irgendwo. Und ich dachte mir, ich würde euch auch gerne ein bisschen besser kennenlernen. Also habe ich euch auf Instagram gefragt, ob ihr vielleicht ein kleines Vorstellungsvideo auf meinen Discord schickt, damit ich ungefähr weiß, welcher Wichser da so im Chat ist. Wir gehen da ganz unvorheingenommen ran. Es fängt halt schon direkt scheiße an, denn Sophia Broski ist hier ganz oben. Da wird Paul natürlich wieder hellwach. Sophia, jetzt stell dich vor. Hallo, ich bin Sophia. Man kennt mich auch als Sophia Broski. Ich kann nichts und ich mache auch nichts, aber ich habe PogChamp auf meinem Arsch tatuiert und deswegen habe ich ein paar Follower auf Twitter. Sophia, das war eine verfickte 1A. Genau so soll man sich vorstellen. Hallo Filo. Heißt Filo, du Hurensohn, ja? Ich bin Krusty, bin 19 Jahre alt und ja, ich dusche. Warum hast du das? Bro, kannst du mir damit mal gehörig den Arsch verspeisen? Er kriegt die Maske nicht ab, weil er so dick ist. Ja, sehr geil. Ey, danke und willkommen sogar. Ich weiß nicht, was es ist, Chat, und ich weiß auch nicht, ob ihr mir zustimmt, aber ich glaube, dass die Mutter von Krusty genauso aussieht wie Krusty. Er hat einfach ein Gesicht von einer Mutter. Versteht ihr, was ich meine? Ich weiß ganz genau, wie seine Mutter aussieht, oder? Okay, alle Mannen machen Vorstellungsrunde, also ich auch. Moin, was geht? Ich bin Suga oder Suga-Wara, aber Suga nehme ich eigentlich nur alle. Weißt du wirklich, ist das dein echter Name? Suga meine Eier. Äh, ich seh aus wie zwölf, höre mich an wie zwölf, bin ich tatsächlich nicht. Ich werde bald 16. Wirst du 16 oder wirst du 16? Hat jemand zufällig für ein Schulprojekt von einem Freund das Bild von Sophias Poggers Tattoo? Wie der Hul so was auch ausgesprochen hat. Wie er so hoch geht mit der Stimme. Poggers Tattoo, hört hin, hört hin. Hat jemand zufällig für ein Schulprojekt von einem Freund das Bild von Sophias Poggers Tattoo? Tattoo? Digga, sehr gute Ton und Dankeschön für die zwei Anonymen. Vielen, vielen Dank, Krusty, für die Donation. Meine Hobbys sind zocken, zu Hause bleiben, schlafen, Videos gucken, zocken. Geil! Alter, Suga! Hallo und willkommen hier. Yo, Philo, ich bin der Nils. Heißt auf Twitch Text 594. Mache gerne Musik. Mache mein Abitur mit einem Schnell von 3,8. Schlechter als meins. Dann habe ich doch keine Angst mehr von dir. Und bin grad komplett am reinscheißen. Er macht halt einen Spotify-Showdown. Das war dann doch wieder... Das war die größte Scheiße, die ich jemals gehört habe. Bitte vergiss deine Träume und fang eine Malerlehre an. Okay, Text? Alles zerrissen, sogar mein Trommelfall. Nein, klingt actually gut. Arme Depression, liege den ganzen Tag im Bett. Bin das erste Mal seit langem aufgestanden, um den Song auszumachen. Ja, anhö! Oh, 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 oh! Yo, Philo, ich bin Bibelnerko, da Luzian, ähm, und bin 17 Jahre alt und komme aus Köln und, äh, ja. Sonst passiert auch nichts in meinem Leben. Okay. Hä, Bro, aber fresher Style, oh Gott. Diese Smagma-Mütze da und HelloKinky-Shirt ist geil. Das ist nicht Smogon, ich meine Smegma, müsst ihr googeln, das ist ein gutes, äh, Smegma ist ein gutes Pokémon. Habe ich verwechselt gerade, müsst ihr googeln. Ahaha. Yo, Philo, ich bin München, 18 Jahre alt, Minecraft-Profi. Und ich habe die 4 Euro donated, wurde trotzdem nicht in Band. Was ist da los? Trotzdem, wenn du bist, eine arme Kirchenmaus. In verschiedenen Zeitungen unterwegs, ich will dich nie verlieren. Ich war schon... Digga, ihr seid so dumm. Hallo, Philo, mein Name ist Lukas, ich bin 14 Jahre alt und gucke sehr, sehr gerne deine Streams. Meine Hobbys sind Fußball und Gaming und, ja, das war's. Ahaha, hä, er ist doch niemals 14. Hä, er ist überkorrekt. Schöne Bilder benutzt, frei gesprochen, höflich, nicht abgelesen. Baba Saat, Baba Hase. Oh, er hat eine Vorstellung, ich zeig her. Guten Abend, liebe Viewer. Ähm, ich begrüße Sie recht herzlich zu meiner Vorstellung. Erstmal, wer bin ich? Ich bin Flo, ich bin 13 Jahre alt, komme aus dem Eins und ich bin gebannt. Äh, meine Hobbys sind Basketball spielen, ich höre gerne Musik. Ich habe zwei iPhones, baby, ich weiß nicht. Ich kaufe gerne Schuhe. Ah. Ganz wichtig, Twitch Prime ist kostenlos oder geht 4 Euro aus, so wie ich, aber ich bin gebannt. Meine Träume sind, reich zu werden und entbannt zu werden. Meine Lieblingsmusiker sind, äh, Juice WRLD. Ich bin doch, Spana, Shiago, Lil TJ, Soho, Barney. Dinge, die ich hasse, es heißt, es heißt Cent, es heißt Cent, es heißt Cent. Ja, es heißt Cent, du sagst es. Es heißt Cent. Ja, Cent, genau. Dinge, die ich liebe, Mikes Mutter, Willow und Fortnite. Ich weiß nicht, warum meine Cam ausgefallen ist, aber noch Fragen? Nö. Äh, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und ich hoffe, dass bald die Entbannungsanträge kommen. Haha, übergeil. Shout out, Flo. Äh, vielleicht kann ich ja mal deine Mutter kennenlernen oder so. Hallo, Chit und Philo, ich bin Finn. Ich spiele Ukulele, ich spiele Videospiele und ich höre Musik. Ähm, und ich lackiere meine Nägel. Oha! Wie viel? Nägel. Gib mal was ab. Finn, Finn, 187. Und weil ich Finn auch noch nicht gefragt habe, was für eine Farbe ich nagellacken habe, habe ich mir Olivgrün geholt und Olivgrün. Ja! Oh mein Gott, stimmt, I remember. Stimmt, I remember. Finn hat gefragt, welche Farbe, welche Nagellackfarbe. Du hast echt Olivgrün geholt. Shoutouts, Alter, Shoutouts, Finn. Ich bin Elias, ich bin 16. Ich bin Jakob, ich bin 18. Ähm, und er ist halt mein Bruder. Und in meiner Freizeit gehe ich halt gern mit ihm rauchen. Aber ich rauche nicht, sondern er raucht. Also du gehst mit deinem Bruder rauchen, aber du rauchst gar nicht. Aber du gehst quasi mit, damit dein Bruder raucht und du dann da bist. Das klingt fucking toxic und abusive. Aber ich feier den Scheiß. Yo, ich bin Yasin, bin 21 Jahre alt. Yasin, warum schimmelt es bei dir im Zimmer? Das ist Beamsy? Alter, man kennt mich auch unter dem Namen Beamsy. Meine Hobbys sind, ja, das ist ultra krass, ich gehe ins Gym. Und außerdem bin ich bekannt als Insaner-Chatter, könnte man auch als Spam betrachten. Aber ich nenne es Insaner-Chatten. Hilfe. Äh, hör doch auf, die Shisha dazu rauch. Lies lieber die paar Greggy Tage Bücher und dann ist alles gut. Hallo, ich heiße Jan, ich bin 15 Jahre alt. Ich habe denselben Friseur wie Felix. True, actually fucking true, bro. Yo, was geht, Philo? Wenn du dachtest, dass du meine hässliche Fresse nicht mehr sehen musst, dann falsch gedacht. Ich bin ein polnischer... Wenigstens ehrlich, der Mann. Ich habe eine Präsentation vorbereitet. So, jetzt, hallo. Hallo. Ähm, über mich. Ähm, ich habe einen sehr kleinen Penis. Ich bin gebannt, du hast zero Bitches. Das stimmt nicht. Stimmt nicht. Obwohl, doch, actually stimmt. Ich habe nämlich keine Bitches, ich habe eine... Wifey. Sin... Sin City wasn't me. Und ich habe ein Pikachu-Kuscheltier, mit dem ich unsittliche Dinge treibe. Und ich habe noch drei... Was? Hat der ein Loch? Digga, Mikes Kuscheltier hat actually ein Loch unten. Ich habe ein... Habe 3x Kaktus, du nicht. Doch, du kleiner Wichser. Ah! Dreimal Kaktus. Hallo. Ich bin Lena, bin 17 Jahre alt. Hallo. Ich komme aus Brandenburg. Shoutout, da komme ich auch her. Ähm, ich bin ein großer Philo-Fan. Ich bin das! Ich bin Philo! Ich mache gerade ein freiwilliges soziales Jahr. Im Kindergarten? Ja, natürlich. Küche? Weil... Nein, nicht in der Küche. Hallo, lieber Chad und Felix, zu meiner Präsentation über... Ich bin Luca oder auch Lunix2K im Chat. Ich bin 16 Jahre alt und wohne in Göttingen, Niedersachsen. Meine Hobbys sind schlecht in der Schule sein, schlecht in Videospielen sein und folglich ist halt die einzige Option, die meinem Leben noch irgendeinen Sinn verleiht, zwei Vermengte hören. Meine Träume sind, Felix verfickt geilen Drecksarsch zu verspeisen und nicht mehr schlecht im Videospielen zu sein, das wäre echt ziemlich nice. Ansonsten war es das schon. Danke für eure Aufmerksamkeit und Mike ist der Lustigere von euch beiden. Nein. Ciao. Nein. Also ich bin Demin, ich bin 17 Jahre alt, mache ein FSJ in einer Behindertenwohngruppe. Ähm, in meiner Freizeit spiele ich gerne Fußball und Darts. Bei der South Carolina. Darts? Ich komme aus Leipzig und ich wurde auf Arbeit schon des Öfteren aufgrund meiner Haarfarbe untergemacht. Und ich habe ein Android-Device, deswegen gibt es diese schlechte Bequalität. Du wurdest auf der Arbeit runtergemacht wegen deinen Haaren? Du wurdest in einer behinderten Werkstatt runtergemacht wegen deinen Haaren? Stabiler Bremen. Jena, du kannst nicht sagen, dass du Uno-Reverse gelegt hättest. Ich bin mehr als 16 Jahre alt. Ich habe auch einen Herrn Miller wie Felix. Meiner, du hast keine Backplatte in deinem Herrmann. Digga, du hast dich scammed lassen. Bro, dir fehlt legit das, was den Herrmann Miller zum Herrmann macht. Wo ist dein Back-Adjust? Wo ist er? Reiche Milfs können sich melden. Reiche Milfs können sich melden. Ja gut, Merlin ist ja schon da. Nein, du hast nicht deinen Fernsehauftritt. So wie Marc Gall. Er ist seit drei Monaten ohne festen Wohnsitz und kümmert sich ehrenamtlich um. Die Ausgabe und Organisation von privaten Kleiderspenden. Jetzt im Winter verteilt er auch Decken und Schlafsäcke, die gespendet wurden. Das ist Sally, Bro. Das ist Sally. Ey, Digga. Shoutout, Bro. Einfach King. Danke und willkommen, Opti, in den Chat. Hallo, ich bin der Simon. Weil du hast halt einen Faced-Head-Dog. 20 Jahre alt, komme aus dem schönen Österreich und bin froh, hier dabei zu sein. Ich freue mich einfach. Und ja, meine Nase ist das Grauen schief, die wird bald operiert, wenn ich keine Luft bekomme. Und mein verstecktes Talent ist... Hey Felix, ich bin hier in einem Stall, in einem kleinen Bauerdorf in der Schweiz, glaube ich. Ich kann drinnen um diese Zeit kein Video aufnehmen, sonst gehen mir meine Eltern... Ah, übrigens, ihr. Schau mal. Max, die Eltern sind auch noch da. Sehr schön. Sehr gut. Geil. Digga, Fazit von der ganzen Scheiße. Wir sind komplett verloren und ich bin für den psychischen Verfall vieler junger Leute zuständig. Ich habe zwei iPhones, Baby. Ich weiß schon, du wirst dich verlieben. Glücksbringer von dir an meine... Ich weiß schon, du wirst dich verlieben.